Wie fließt eigentlich unsere Energie? Dies ist keine nationale Angelegenheit. Ganz Europa besitzt ein dicht vermaschtes Stromnetz. Die benötigte Energie und die Energieproduktion ändern sich ständig. Je nach Produktion und Verbrauch kommt es zu Schwankungen und im Stromnetz entsteht ein Ungleichgewicht. Die Herausforderung für die Energieversorger, es muss immer genauso viel Energie produziert werden wie verbraucht wird. Die Schwankungen müssen also laufend ausgeglichen werden. Diesen Ausgleich haben bisher vor allem Wasserkraftwerke sichergestellt. Batterien wie jene in Volketswil erledigen diese Aufgabe allerdings schneller und effizienter. Die Batterie trägt so dazu bei, Schwankungen im europäischen Stromnetz auszugleichen. Wie funktioniert das? Die Batterie wird aufgeladen, wenn zu viel Energie im Netz vorhanden ist und gibt sie wieder ab, wenn Energie benötigt wird. So hält sie zusammen mit weiteren Batterien und Kraftwerken das Stromnetz stabil. Damit die Batterie diese Rolle gut erfüllen kann, zielt die Regelung darauf ab, dass die Batterie halb voll ist. So hat sie immer Kapazität, um Überschüsse aufzunehmen und Energie abzugeben. Der Batteriespeicher in Volketswil ist der grösste in der Schweiz. Er ist wirtschaftlich, denn seine Dienstleistung wird von der Übertragungsnetzbetreiberin entschädigt und er steigert die Versorgungssicherheit. Die Batterie trägt dazu bei, dass auch in Zukunft jederzeit Strom aus der Steckdose kommt, wenn wir ihn brauchen. Ein bedeutender Schritt in die Energiezukunft. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekz.ch.